wir haben kein dach also nicht ein vollständiges dach ich weiß ich muss hier gerade noch holz sammeln dafür ich habe jetzt genug holz das reicht auf jeden fall obwohl ich jetzt hier gerade schon mal wieder ein paar kisten mache erstmal das hier jetzt sollten wir mal aufsetzen das ist irgendwie ein bisschen taktisch unglück dass wir hier die sachen hingestellt haben egal ja es ist schon nacht wieder voll schnell wir sollten es später noch mal unsere truhen ändern und auf die andere seite packen weil irgendwie ist es geil wenn wir hier eine klarscheibe reinziehen das ist geil wenn wir auf dem fluss gucken anstatt nach hinten raus so ja ich auch das wollte ich mir ins inventar nehmen lass doch das eisendreck brennen ja in welchem ofen ach die sind immer noch alle beschäftigt mit essen ich kann mal essen rausnehmen ich hab mir noch mal meine drei eisen da rein und mach das essen mal unten rein ich mach die bäume mal gerade hinter unsere die von den dingern die ich habe von den setzdingen ich habe mal gerade hinter unsere jetzt hast du das eisen mal brennen lassen können ja ich hab doch gar nichts gemacht das ist das problem ja gut ja ich hab's ja nur in der truhe gesehen ja wollen wir uns haben wir nix gemacht ja genau das ist alles problem soll ich mich hier extra irgendwo runter kram ja ne nicht von unser in unserem haus runter kam oder außerhalb und das musst du wissen ja komm mal hier so am letzten eck und falls wir den keller keller brauchten wäre das nicht so dumm ach ne das ist zu weit am ecken verlaufen also mach mal so du hast die füße gemacht gell ja ja die sind eher am effektivsten mit wenigsten eisen also die reihenfolge ist ja erst post dann hose dann schuhe dann helm obwohl helm mehr kostet bringt er halt weniger das ist immer noch geil aber es ist halt irgendwie logisch denn dass man in so kraft und sieh mit bisschen sind da kommt er raus dann mal holt hier hin so mal gucken was in der Höhe bin ich denn jetzt 51 alles klar und hier ist noch mehr kohle alter kohle haben wir uns zu viel wir sind so rich rich aber ich hätte eigentlich gern mehr eisen ich meine eisen ist aber kaputt what ja meins auch stimmt nein alter wir erst eine volle rüstung haben bevor ich wieder ein neues schwert machen muss oh hier ist eisen unter dem unter der kohle es ist immer sinnvoll die kohle abzubauen hey da kommen wir vier m r ja ein bisschen mehr sogar ja nice richtig große quelle anscheinend sieben naja geht jetzt schon meine hose oder ich warte einfach jetzt noch ein bisschen natürlich äh wo war überhaupt mein weg ach da mir die ganze scheiße mal zu keine luste die ganze zeit so einen offenen weg zu haben und runter was haben wir denn 45 ich mache noch ein bisschen weiter ich weiß nicht direkt auf der höhe runter muss eigentlich nichts sein aber jetzt noch nicht nee aber auf jeden fall noch ein bisschen runter so auf 30 das sollte eigentlich eisen mäßig am besten was abgehen obwohl halt auf 11 auf der der höhe auch genug eisen abgeht wobei halt in den höheren höhen hat man halt wahrscheinlich glück eine höhle zu kriegen und eine höhle ist halt aus dem punkt scheiße weil es gefahr ist es aber aus dem grund halt gut weil es halt eben auch bedeutet dass man what the fuck was habe ich jetzt hier gemacht nein ich habe mich gerade weil ich hier eine kohle gefunden und mich weiter runter gebaut habe ich dann wieder angefangen quasi weiter runter zu bauen aber wieder unter unser haus quasi oh man ey ok warum ist da keine kohle drin wir haben wieder entgegengesetzt der normalen richtung runter zu bauen so zack dead logic vom alex also wie alle meine items fast im arsch sind ne ich glaube der andere inventar konnte nur zustimmen erst mal wirklich ein paar spitzhacken machen dass wir jetzt keine ruhe haben das ist fertig zwei zwei noch mal ich mache jetzt mal unser dach fertig ich habe nur noch holz im inventar fällt mir gerade auf aber ich habe mich erst schon ich wollte eigentlich erstes dach zu Ende man habe dann doch irgendwie mich das für entschieden schon mal runter zu bauen ich habe noch holz ins dings gemacht in die obere kiste so jetzt drei spitzhacken wird wohl reichen noch so ich brauche essen so was nehmen wir denn immer steak ausgewogene ernährung immer steak gleich ich ich habe mich ich habe mich das sieht Antonia nicht so es gibt aber auch noch Schweinefleisch also hätten wir eigentlich schon noch eine Auswahl ja und noch von den Dings ja Hähnchen ja ja und noch was aber Lamm gibt es nicht oder in Minecraft ne es braucht das Hammelfleisch haben wir auch noch ja was ist Hammelfleisch überhaupt was ist das für ein Tier nochmal das war Kaninchen ne das war Kaninchen war das glaube ich ne ich glaube schon ja Kaninchen schmecken am besten also in Minecraft so Alter sag das mal nicht zu laut ja natürlich so 38 noch ein bisschen weiter runter ok Antonia du hast gehört äh Kaninchenfleisch schmeckt deinem besten WTF Alter sie hat so selbst schon in Minecraft Kaninchenfleisch gegessen in Ender Games weißt du so ok ich höre Monster soll ich in die Höhle gehen? wenn du sterben willst ey muss man eigentlich mal sagen ist ja eigentlich scheißegal ich hab ja jetzt wir haben ja oben jetzt gependelt und das Bett steht da jetzt fest also aber deine deine Sachen ja kann man sich ja wiederholen nochmal sterben nochmal sterben ne aber ich weiß gar nicht wo die Höhle genau ist ich grab anscheinend genau an der vorbei oder auch nicht hallo Höhle ach ne hier ich bin ich bin im Seitentrack von der Höhle das ist ganz gut wir sind nicht so viele ja 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 wie der Oliver Kahn sagen würde ne Eier wir brauchen Eier aber ich bin hier noch in dem Trakt wo es sicher ist von daher easy was machst du eigentlich gerade nigger 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 ja was machst du denn hast du gesagt ich ich mach grad nen Mächtegern weg aha mit dem mit dem Dings oder was mit der Schaufel ja bis zu unseren Gefildern hier nice hier das sieht eigentlich echt nice aus muss man sagen der Wichser so wieso guckst du nur an der Tür wie so ein Knastkind Alter keine Ahne warum nicht ich dachte mal rauskomme und steht da da wie so ein Knastkind drin hallo 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 ich komm nicht raus ja easy easy man easy what the fuck das hat sogar ein Geräusch jetzt gerade wenn man die Rüstung anzieht guck mal nein hörst du das auch ja weißt du mach halt nur die Rüstung ja Junge ich hab hier ist noch sieben Eisen drin man ich mach immer abwechselnd immer erst ich dann du ja und immer dasselbe Teil ja ich geb mich jetzt grad in eine Gefahrenhürde da brauch ich schon wenigstens meine Brustplatte die ich direkt wieder verlegern nein nein ah doch ich geh da jetzt schon rein warum nicht hier ist auch Lava lass mal in die Lava laufen hallo hier ist gar nix what the fuck hier ist nur so eine Mini Höhle also außer Eisen halt ein bisschen was ganz nice ist aber die größte Höhle ist anscheinend irgendwo an der Seite wo ich jetzt vorbei bin alles klar ein bisschen Eisen abgesnackt hier ist ein bisschen Lava ist auch ein bisschen Lava Slate noch aber die ist mir grad obwohl das nämlich kann ich das abbauen ne ich glaub nicht ne ich lass das mal lieber ich glaub die kann man nicht abbauen mit mit Stein deswegen lass ich das mal lieber da stehen aber wie ich jetzt grad für jede für fast jede Eisenquelle hochkomme ey einfach nur weil ich unbedingt immer weiter Rüstung haben will so ach du hast also war schon genug drin äh Eisen oder was dass du dir selbst einen machen konntest mhm dann haben wir da noch eins okay dann die sechs das ist dann die Hose aber dauert noch ein bisschen ich geh nochmal runter während es brennt da können wir uns schauen weil es wird ja dunkler nix ach okay läuft ne okay das sieht doch normal aus hä es gab doch auch in der 1.9 war das doch nicht so dass man im Bett das besser aussieht wenn man da schläft das geht ja jetzt nicht mehr aber wenn man ohne Rüstung schläft hab ich das zumindest mal irgendwie gesehen oder das war nur ein texture pack glaub ich ich glaub das war nur ein texture pack aber der hat es wirklich so ausgesehen als ob du mit den da warst du wirklich mit den Beinen und sowas unter der Decke und so sah echt nice aus achso mein Eisen müsste jetzt fertig sein oder halbwegs juhu juhu nice jetzt fehlt nur noch der Kopf bei mir ich geh jetzt mal in die Höhle wenn ich die finde wenn ich die finde ich finde ihn nicht ich finde ihn nicht WTF ich finde ihn nicht ach komm ich lauf weiter runter ich baue mich weiter runter wenn ich ihn nicht höre ich hab jetzt keinen Bock 20 Stunden in der Wand rum zu buddeln und da ist die Schaufel kaputt ich bin jetzt auf 22 ok hier ist Kohle nice so da kommt schon weiter runter da ist nur Kohle wieder gerade im Sichtfeld ich hab schon wieder Lava nice da kommt schon da kommt schon irgendwas was mich interessiert irgendwas was geiles la 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 hm hm what the fuck wer drunter muss ich noch bis das kommt ich bin schon what the fuck ok das ist zu tief alles klar ja bleiben wir mal auf der Höhe nehmen wir mal die Kohle mit vielleicht dann noch irgendwo Eisen hinterm man jetzt die Kohle vorkommen ist halt auch immer so mega riesig und was man da rauskriegt ist einfach nicht weiß ah komm schon schneller ich will ja nicht eine Eisenspitzhacke zum Farmen haben alter aber das soll auch so lange bis wir da den Luxus haben dass wir zum sinnlosen Farmen Eisenspitzhacken benutzen dürfen ne ne